Schauen wir uns Bitcoins genauer an. Ich gebe Ihnen zunächst eine Einführung, also ich erkläre Ihnen, was Bitcoins und Blockchains ist, so ganz grob. Dann gehen wir in diesem Kurs, in dieser Einheit darauf ein, was ist eine Transaktion, wie viele sind Transaktionen realisiert. Eine Transaktion ist, dass eine Person eine Bitcoin weitergibt an eine andere Person. Also Bitcoins sind eine Kryptowährung, das heißt da ist Kryptografie im Spiel. Sie beruhen auf Blockchains, das ist die unterliegende Technologie, die auch andere Anwendungen hat und Blockchains sind ein Kassenbuch, im englischen Ledger. Also Blockchains ist ein Kassenbuch und realisieren ein verteiltes Kassenbuch. Also dieses Kassenbuch liegt nicht mehr an einem Ort, an ihrer Bank, sondern das ist verteilt gespeichert und ist ein verteiltes, fälschungssicheres Kassenbuch. Also es ist verteilt und ist sicher, also auch fälschungssicher. Es gibt andere Kryptowährungen, Ether zum Beispiel und da heißt die unterliegende Blockchains Ethereum, Litecoin, die beruhen alle auf einem verteilten Kassenbuch. Sie unterscheiden sich in Details von Bitcoin, aber das große Prinzip ist gleich. Bitcoins ist die älteste dieser Kryptowährung. Sie wurde definiert in 2008 von Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto ist ein Pseudonym, keiner weiß wer dahinter steckt. Und im Januar 2009 gab es dann eine erste Implementierung von Bitcoins und seither kann man Bitcoin kaufen. Der Preis von Bitcoins, also der Preis in Dollar von Bitcoins schwankt enorm. Also Sie sehen hier, der war so in 2020 am Anfang, der war 10.000 Dollar. Der ist dann im Laufe gestiegen bis dieses Jahr auf fast 60.000 Dollar. Ist dann wieder gefallen auf 30.000 Dollar. Also der Preis schwankt extrem. Das Fachwort ist, dass es volatil, extrem volatil. Und das Zweite, was ich Ihnen hier schon zeigen möchte, ist, Bitcoins brauchen unglaublich viel Energie. Also hier das Rote ist der mittlere Energieverbrauch von Bitcoins. Sie werden nachher sehen, wofür man so viel Energie braucht. Hier sieht man die Schwankungsbreite. Und das ist ungefähr der Energieverbrauch von Argentinien oder Schweden. Die jüngste Zahl, die ich gesehen habe, ist, dass Bitcoins ungefähr so viel Energie verbrauchen wie Österreich. Ich selber besitze keine Bitcoins. Ich spiele auch nicht Lotto. Ich bin Risiko nicht ganz abgeneigt. Also ich habe Aktien. Aber Bitcoins halte ich für verrückt. Hier ist die Arbeit, wo Bitcoins definiert werden. Das ist eine Arbeit von Satoshi Nakamoto aus dem Jahr 2008. Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Und ich lese Ihnen das mal vor. A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution. Digital signatures provide part of the solution. But the main benefits are lost if a trusted third party is still required to prevent double spending. We propose a solution to the double spending problem using a peer-to-peer network. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash proof proof of work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof of work. The longest chain not only serves as proofs of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. As long as a majority of CPU power is controlled by nodes that are not cooperating to attack the network, they will generate the longest chain and outpace attackers. The network itself requires minimal structure. Messages are broadcast on a best effort basis and nodes can leave and rejoin the network at will, accepting the longest proof of work chain as proof of what has happened while they were gone. Die Arbeit ist kurz, das ist nur neun Seiten, und sehr sehr überzeugend geschrieben. Ich habe sie mehrmals gelesen. Je öfter ich sie gelesen habe, desto mehr Zweifel kamen mir, ob das wirklich alles funktioniert. Aber viele dieser Zweifel sind inzwischen ausgeräumt. Zum Beispiel hier ist eine jüngere Arbeit. Josh und Scheuermann, Bitcoins und Beyond, die aufarbeiten, was zwischen 2008 und 2016 passiert sind. Und viele der Schwächen, die es noch in dem ersten oder der Unklarheiten, die es noch in dem ersten Entwurf gab, sind inzwischen ausgeräumt. Wir wiederholen jetzt etwas digitale Unterschriften. Die Details stehen im Kurs für Krypto. Also Bitcoins nutzen Public Key Cryptography, asymmetrische Kryptographie. Ich wiederhole das kurz, es gibt öffentliche Programme, E für Encode und D für Decode. Jeder Nutzer erzeugt ein Paar öffentlicher, geheimer Schlüssel und personalisiert das E mit seinem öffentlichen Schlüssel zu einem E unten X und personalisiert das D mit seinem geheimen Schlüssel zu D unten X. Für alle Nachrichten M gilt, dass wenn man erst auf das M das D anwendet und dann das E beides für den gleichen Nutzer, dann kriegt man das M zurück. Das ist die erste wichtige Eigenschaft, dass das E und das D inverse voneinander sind. Das zweite Wichtige ist, wenn man ein M hat, ein S zu finden, das von dem E auf das M abgebildet wird, von dem E unten X. Das ist ohne Kenntnis des geheimen Schlüssels von X unmöglich. Also ohne Kenntnis des geheimen Schlüssels von X ist es unmöglich ein Urbild S zu finden, das auf das M abgebildet wird. Wie unterschreibt man? Man unterschreibt das M, indem man das Paar MS erzeugt, wobei das S das DX von M ist. Jeder kann diese Unterschrift nachprüfen. Er macht nämlich folgendes. Er nimmt das S, steckt es in das EX rein. Das EX ist öffentlich und er schaut nach, ob das M rauskommt und das beweist, dass X unterschrieben hat. Warum? Weil nur das X, das X kann ein S, der kann locker das S erzeugen, nämlich das DXM und ohne Kenntnis des geheimen Schlüssels von X kann man dieses S nicht finden. Die klassische Nutzung ist, man den öffentlichen Schlüssel von X erfragt man bei einem Trust Center. Hier ist die Anwendung anders, nämlich X unterschreibt, der öffentliche Schlüssel von dem X ist Teil der Nachricht. Also er nimmt die Nachricht, öffentlicher Schlüssel von X, M und das signiert er. Also der öffentliche Schlüssel ist Teil der Nachricht und dann kriegt man also sowas, wo in dem M drin steht der öffentliche Schlüssel von dem X. Dann nimmt man den einfach und wendet ihn auf das S an und schaut nach, ob das M rauskommt. Das war also jetzt die Wiederholung von digitalen Unterschriften und im nächsten Abschnitt sehen wir und im nächsten Einheit schauen wir uns an, wie das benutzt wird, um Transaktionen zu unterschreiben. Tönen 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 Tönen